Wir starten mit der Renpho Körperfettwaage. Diese Körperfettwaage ist ein günstiges Gerät mit großem Funktionsumfang. Ermitteln kann die Waage 13 verschiedene Körperdaten. Das Körpergewicht, den BMI, den Körperfettanteil, den Wasseranteil, die Muskelmasse, die Knochenmasse, den Skelettmuskelanteil, fettfreies Körpergewicht, viszerales sowie subkutanes Fett, Protein, biologisches Alter und Grundumsatz. Der Grundumsatz wird auch Ruhumsatz genannt und gibt an, wie viel Energie ein Mensch in Ruhe pro Tag benötigt, damit der Körper die lebenswichtigen Funktionen wie Atmung und Herzschlag aufrechthalten kann. Die Körperfettwaage hat eine Bluetooth-Funktion und ist mit einer App koppelbar, die dabei hilft, sich Ziele zu setzen und die Fortschritte zu verfolgen. Die Waage arbeitet mit der sogenannten bioelektrischen Impedanzanalyse. Damit die Messergebnisse möglichst genau sind, muss das Wiegen barfuß erfolgen, wobei mit den nackten Füßen alle vier Sensoren berührt werden müssen.